Alter, ich bringe Herzinfarkt. Nein, oien, 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 oien. Jetzt, Schockd撃 bitte. Danke. Naja, zumindest 6. 5. sogar. Ja, wie gesagt, ich höre erst auf, wenn ich 1. bin. Das könnte dann aber mit der Uhrzeit kritisch werden. Ja, 6 Minuten habe ich noch bis 6. 6 vor 6. Hallo, hallo, hallo. Gute Nacht. Mario Kart Stadion wäre schön. Die erste Strecke zum Abschluss wäre echt nett. Und so ist es auch. Die Strecke kann ich auch gut. Oh, zweimal Sizilien hier. Zweimal Frankreich, einmal Vereinigtes Königreich, einmal Vereinigte Staaten und einmal Vereinigte Arabische Emirate. Nein, Spaß. Dreimal Deutschland natürlich. Okay, jetzt geht es vielleicht ins letzte Rennen. Mal schauen. Ei, ei, ei. Seht ihr, ich kann das Firehooking einfach nicht. Vorhin habe ich es nur gekannt, aber jetzt ist wahrscheinlich die Müdigkeit schon eingetreten. Ich habe sogar noch alten Warn eingebekommen. Die Red Shell war echt perfekt getimed, die gerade eben. Oh, 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 scheiße. Muss jetzt den langen Weg gehen. Aber es sieht gut aus. Es könnte das letzte Rennen sein. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Schon mal bin ich perfekt pünktlich zur WM. Zum WM-Achtelfinale zwischen Holland und Mexiko, glaube ich. Da, bereit. Und ja, das muss einfach für den ersten Platz reichen. Und so ist es auch. Es ist geschafft. Erster Platz. Und damit verabschiede ich mich vom Zwei-Jahres-Special-Special. Fast zwei Stunden hat es gedauert. Und es ist ja auch gut. Zwei Jahre-Special, zwei Stunden. Ist ja richtig gut, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's. Schauen wir uns noch die Punkte an. Es gibt 18 Punkte für mich. Das heißt, die Zeit als 100 habe ich nicht ganz geknackt. Scheiße. Aber, naja. Ich verabschiede mich auch noch von den Fahrern, die da dabei waren. Sag ich auch nochmal tschüss. Und bei euch kann ich mich nur noch rechtzeitig... Recht... Fuck. Recht herzlich bedanken. Ich sage, ich hau ab. Tschüss. Gute Nacht. Schönen Dank. Danke fürs Spielen und bye-bye. Und ich kann mich nur bei euch bedanken. Bis zum nächsten Mal, bis zum Online-Projekt. Da seht ihr mich auf jeden Fall wieder. Bis dann. Und ciao.